Musik 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 Ich schlafe dort, ich setze mich auf die Bank, ich setze mich auch auf die Bank, guck mal, es geht dann dort, ich setze mich auf die Bank. Aber gewisse Eltern darf man sich setzen. Die Rentner breiten also mal so die Bank, die Jungen hier, die habe ich überhaupt keine Ahnung. Er darf nicht sprechen. Doch, darf nicht sprechen. Das sieht man alles. Und Panta Luisa. Das hört man sich so komisch an, gell? Das macht nichts, das ist echt so. Die gucken gerne, wenn sie so richtig echt sprechen, die Häuschner. Wir sind aber keine Häuschner, wir sind Schenauer. Schenauer? Ah, ich bin ja da, ne? Ich bin nur Schindert. Und Schindert? Ja, das ist ein Häuschner. Das ist ein Häuschner. Oh, die lachen logisch schon hoch. Noch kein richtiger Häuschner. Oh, ein halber. Ein guter halber, ja. Ein guter Viertelzahn. Ehrlich? Ach, die sind da, die sind richtig. Da gehen wir mal gleich gucken. Also ich sag Etienne. Ich sag Hans-Peter. Jürgen, Etienne, Klaus, Robert. Also ich sag Klaus-Dieter. Alles falsch, scheiße. Und ich sag Karl-Heinz. Jürgen, Weahen! Ja! Woh! Ja! Woh! 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 Bewoh! Einiger Viertelzahn!